Es gibt ja bei der Finanzkrise einen Aspekt, über den wird überhaupt nicht so geredet, aber dafür sind wir ja auch die Anstalt, dass nämlich seit dem Ausbruch dieser Finanzkrise hat die Zahl der Selbsttötungen, der Selbstmorde weltweit sehr extrem stark zugenommen. In Europa dramatisch, auch in Ländern, Italien, Spanien, wo das sonst nicht so war und auch in Griechenland, allein in den letzten zwölf Monaten 40% mehr Selbstmorde. Und nicht, dass wir uns da jetzt missverstehen, es bringen sich natürlich nicht die um, um die irgendwie schuld sind oder verantwortlich sind an der Finanzkrise. Also es sind nicht die, wo man es menschlich bedauern, aber gesellschaftlich begrüßen könnte. Nein, es sind immer die Falschen. Das finde ich falsch, dass es die Falschen sind. Ich gebe zu bei der Frage natürlich, falsch oder richtig, das ist ein wenig schwierig, weil was ist falsch und was ist richtig. Ich meine, ich gebe ja zu, ein Selbstmord ist niemals eine schöne Sache, aber ich sage immer, wenn es denn schon sein muss, dann sollten doch alle was von haben. Und nicht nur die Betroffenen und das macht mir wirklich Sorgen, diese Tendenz zur Selbstwertung, auch hier in Deutschland, wir haben es ja gerade gesagt, 10 Millionen Menschen mit Lebensangst, Lebensangst und Lebensangst ist ja jetzt als Krankheit bei uns richtig anerkannt. Lebensangst ist ja Krankheit und ich frage mich ja aber, warum eigentlich, wieso eigentlich krank, wieso, die reagieren doch eigentlich ganz gesund, normal, angemessen auf diesen totalen Wahnsinn. Ich meine, Entschuldigung, wer jetzt nicht durchdreht, hat doch nicht mehr alle Tassen im Strang. Wieso müssen die denn die Tableten schlucken und sich die Zäpfchen hinten reinschieben? Da wüsste ich aber wirklich andere, ja. Also schon in dieser ganzen Finanzrettungswahn, jetzt zweite große Bankenrettungswelle, Rekapitalisierung, den Banken wieder das Steuergeld innen reinschieben, die Banken sagen, wir wollen es nicht, aber die Politik sagt, es muss aber sein und keiner weiß warum. Und die Merkel sagt, es ist vernünftig, hat sie gesagt, die Rekapitalisierung ist vernünftig. Allein das wehrlose Wort vernünftig in diesem Zusammenhang zu missbrauchen, also Entschuldigung, da wäre schon mal ein Zäpfchen fällig, ja. Also, ich meine, ja, was sage ich Zäpfchen, ja. Also, nein. Also, besser, besser zapfen würde ich sagen in dem Fall, weil, ich meine, vernünftig, Entschuldigung, es ist doch nicht vernünftig, es ist vielleicht zwingend und unvermeidlich, ja, das kann sein, aber nur weil die ganze Logik so krank ist in diesem durch und durch kranken Finanzsystem und dann spricht überhaupt noch jemand von Vernunft, das ist das Problem. Dauernd maskiert sich der Wahnsinn im Hosenanzug der Vernunft. Ich hätte mir so gewünscht, dass die Kanzlerin sagt, die Rekapitalisierung der Banken ist zum Kotzen, ja. Das hätte ich ehrlich gefunden, das hätte mir gefallen, ich hätte mir Ehrlichkeit gewünscht. Ja, ich weiß, ich bin naiv, ich bin total, oder der Gauk würde sagen, ich bin ein alberner Romantiker, ja. Ich bin hundertprozentig naiv, aber ich finde es überhaupt nicht mehr schlimm, wenn ich sehe, wie krank diese Realisten sind. Und wissen Sie, wie man diese Krankheit nennt? Ich habe lange gesucht in der Anstalt, die Verweigerung der Realität im Namen der Realität, hat so ein Psycho-Onkel geschrieben, ja, die Verweigerung der Realität im Namen der Realität, ich habe es selber immer noch nicht ganz begriffen, aber es muss eine schwere Störung sein, ja. Und das findet man ja überall, auch jetzt bei diesem Bundesschnüffeltrojaner, ja, der alles das kann, was das Verfassungsgericht nicht wollte. Und was hören wir vom bayerischen Innenminister Herrmann? Wer sagt, dass das von den Gesetzen nicht gedeckt ist, soll die Gesetze ändern, damit es gedeckt ist. Wer sagt, dass ich die Vorfahrt missachtet habe, soll die Vorfahrtsschilder austauschen, damit ich sie nicht missachtet habe, ja. Sagen Sie mal einem Polizeibeamten, da müssen Sie zum Idiotentest und kommen nie mehr raus. Und es ist alles da, man wird wahnsinnig und deswegen kann ich das verstehen, dass viele durchdrehen, deswegen ja auch seit der Finanzkrise wieder mehr Konsum von Psychopharmaka. War vorher schon ganz viel, jetzt noch mehr Psychopharmaka, mehr Selbstmorde, mehr Psychopharmaka. Und übrigens wissen Sie, was mir auch aufgefallen ist, ist auch sehr interessant. Seit der Finanzkrise gibt es auf dem Büchermarkt immer mehr von diesen Glücksratgebern. Kennen Sie diese Glücksbücher von diesen Glücksschwätzern, die mit ihr, mach dein Glück, selber Scheißdreck durchs Land ziehen. Da hast du schon das ganze Elend hier am Tag täglich und dann hast du diesen Glücksstress. Plötzlich einen Glücksstress kriegt man richtig. Und die Botschaft von diesen Glücksdreckbüchern ist ja immer die gleiche. Du bist für dein Glück selbstverantwortlich. Ja, klingt gut, aber heißt umgekehrt, du bist auch für dein Unglück verantwortlich. Verstehen Sie, ich bin fürs Unglück verantwortlich, muss ich wieder mehr Tabletten nehmen und dann ist alles ganz furchtbar und ich bin für mein Unglück verantwortlich. Und dann ist es doch logisch, dass viele Leute lieber sich selbst aufhängen und nicht die Finanzjongleure. Und dann, ja, das Unglück, dann müssen die das Unglück sozusagen, die Falschen müssen das Unglück tragen, aber die Rettung des Unglücks wird uns als vernünftig untergejubelt. Untergejubelt, ich verstehe das alles, hat jemand ein Zäpfchen?